Nataschas Krankheit war so ernst, dass zu ihrem Glück und zudem der Verwandten die Erinnerung an die Ursache des Übels, an Nataschas Handlungsweise und ihren Bruch mit dem Verlobten in den Hintergrund traten. Sie war so krank, dass man nicht daran denken konnte, inwieweit sie an dem, was geschehen, schuld war. Denn da sie nicht aß, nicht schlief, sichtlich abmagerte, hustete und wie die Ärzte zu verstehen gaben, in Gefahr war, konnte man nur darauf sinnen, ihr Hilfe zu schaffen. Die Ärzte kamen bald einzeln zu Natascha, bald als Konsilium. Sprachen viel Französisch, Deutsch und Lateinisch miteinander, machten sich gegenseitig Vorwürfe, verschrieben die verschiedenartigsten Arzneien gegen alle ihnen bekannten Krankheiten. Aber keinem von ihnen kam der einfache Gedanke in den Sinn, dass sie die Krankheit, an der Natascha litt, jedenfalls nicht zu erkennen vermöchten. Wie sie ja überhaupt nie imstande sind, die Krankheit eines lebendigen Menschen zu ergründen, weil jeder lebendige Mensch seine Eigentümlichkeiten hat und an einem besonderen, eigentümlichen Neuen, den Ärzten unbekannten Übel leidet. Er leidet nicht an einer Krankheit der Lungen, der Leber, des Herzens, der Haut, der Nerven und so weiter, wie sie in der Heilkunde angegeben sind, sondern an einem Übel, das aus der Vereinigung zahlreicher Leiden in allen diesen Organen besteht. Auf diesen einfachen Gedanken konnten die Ärzte jedoch nicht kommen. Wie auch ein Zauberer nicht darauf kommen wird, dass er nicht zu zaubern vermag, weil das Heilen ihr Lebensberuf war, weil sie dafür Geld empfingen und ihre besten Jahre daran gesetzt hatten. Sie konnten aber hauptsächlich darum nicht auf diesen Gedanken kommen, weil sie sahen, dass sie ohne alle Zweifel von Nutzen waren, und zwar für alle rostowschen Familienmitgliedern. Sie waren von Nutzen nicht, weil sie die Kranken zwangen, Dinge zu schlucken, die größtenteils schädlich sind. Diese Schädlichkeit war indessen gering, weil die Medikamente in kleinen Dosen gegeben wurden, sondern sie waren nützlich, notwendig, unentbehrlich, aus demselben Grund, aus dem es alle vermeintlichen Helfer, Zauberer, Homöopathen und Allopathen sind, weil sie dem seelischen Bedürfnis der Kranken und ihrer Angehörigen genügten. Jenem ewigen menschlichen Bedürfnis nach Hoffnung, nach Erleichterung, dem Bedürfnis nach Mitgefühl und Tätigkeit, das der Mensch zur Zeit des Leidens empfindet. Jenem ewigen Bedürfnis, das schon im Kind in der ursprünglichen Form zu finden ist. Dem Bedürfnis, die Stelle zu reiben, an die es sich gestoßen hat. Sobald sich das Kind verletzt, läuft es in die Arme der Mutter, der Wärterin, damit man es küsse, die schmerzhafte Stelle streichle und es wird ihm besser bei diesen Küssen und Streicheln. Das Kind kann sich nicht denken, dass klügere und stärkere Menschen nicht Mittel haben sollten, seine Schmerzen zu lindern und die Hoffnung auf Erleichterung und der Ausdruck des Mitgefühls, wenn die Mutter seine Beule streichelt, tröstet es. Auch Natascha waren die Ärzte dadurch nützlich, dass sie ihr WW streichelten und versicherten, es würde sogleich vergehen, wenn der Kutscher nach der Arbat-Apotheke führe, für einen Rubel und 50 Kopiken Pulver und Pillen in hübschen Schächtelchen holte und wenn dies Pulver genau alle zwei Stunden, aber weder mehr noch weniger, in abgekochten Wasser von der Kranken eingenommen würde. Natascha, ein sehr anziehendes junges Mädchen, hat nach schweren Liebeskummer einen Selbstmachversuch mit Arsenik unternommen. Nachdem die akute Gefahr vorbei war, kränkelte Natascha weiter.